Es gibt immer wieder die Frage, wie lange geht das eigentlich noch gut? Der Planet Erde wird vermutlich in einer Milliarde Jahre noch existieren und froh sein, wenn es dann keine Menschen mehr gibt. Aber ich bin schließlich auch ein Mensch und ich möchte gern, dass die Menschheit überlebt. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir uns umstellen so, dass wir nicht die Erde kaputt machen. Das ist eine riesige Aufgabe mit bald acht Milliarden Menschen und großen Konsumhoffnungen und Verwirklichung davon, machen wir die Erde von Tag zu Tag mehr kaputt. Dies muss dringend korrigiert werden, einmal dadurch, dass wir aus einer Kilowattstunde oder einem Eimer Wasser oder so fünfmal so viel Wohlstand herausholen. Das ist möglich. In einem Buch mit dem Titel Faktor 5 beweisen wir das für die ganzen wichtigen Wirtschaftssektoren. Und zweitens, dass wir die politischen Rahmenbedingungen so korrigieren, dass derjenige, der das Richtige tut, gut verdient und derjenige, der Zerstörung produziert, eher Geld verliert. Das ist eine Aufgabe von uns als Gesellschaft in der Politik und in der Wirtschaft. Das ist eine Aufgabe von uns als Gesellschaft. Das ist eine Aufgabe von uns als Gesellschaft. Und das ist eine Aufgabe von uns als Gesellschaft. Vielen Dank.